Herzlich Willkommen bei Kinderfragen Rapper. Ich heiße Pauline. Und ich bin Romeo. Heute begrüßen wir Luciano. Luciano darf zum Draussenspielen immer seine gute Sonntagskleidung anziehen. Er gibt auch gerne damit an, dass seine Eltern ihm nur Markensachen kaufen. Statt normale Worte zu sagen, sagt er lieber Skr-Bau oder Boo-Boo-Boo. Hey, alles gut? Wir sagen so. Hallo Luciano. Hi, Mann, Skr-U. Was geht's? Skr-U. Geht euch gut? Ja. Ja? Freut mich. Wie geht's dir? Mir geht's super. Was hast du heute so gemacht? Ich hab ein bisschen länger geschlafen. Weil ich hatte gestern voll den späten Flug. Und dann war ich voll müde und hab heute ein bisschen länger geschlafen. Hast du deswegen auch noch deinen Schlafanzug an? Ja, nein. Das ist mein Lieblings-Jogginganzug. Aber damit könnte ich auch schlafen. Das wär auch ein cooler Pyjama. Dann wollen wir mal dein Video anschauen. Okay. Jägermeister plus Red Bull. Flex, Flex. Nero. Hm. Gib mir Jäger plus Red Bull. Ich bin in meinem Modus. Freitag voll so fein. Falsches Vorrat, wir jagen die Schoß. Und Nero-Geschäft übernehmen komplett. Augen auf Gämms. Leben zuletzt. Picos versuchen von hinten zu ficken. Tun mir auf Pavlos und Kinos verschiffen. Reden zu viel. Sind zu viel am Kiffen. Logo-Gang-Member haben andere Sitten. Loyal. Gerade. Brutal. Patte. Umfang. Jagen. Schakal. Buh-Buh-Buh. Warum sagst du eigentlich immer Buh-Buh-Buh? Ähm. Ja. Also in der Musiksprache nennt man das Ad-Lib. Das füllt so die Lücken zwischen meinem Songtext. Ich mag Buh-Buh-Buh. 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 Buh-Buh-Buh-Buh. Buh-Buh-Buh. 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 Wir waren im Hof, dann waren wir Loco-Squad-Gang. Habt ihr damals was Verbotenes gemacht? Ähm ... ja. Ja. Was denn? Ähm ... Hm. Also ... Wir haben ... Habt ihr jemanden geschubst? Ich glaub schon. Aber nicht zu doll, natürlich, ne? Immer angemessen geschubst. Hast du dann Hausarrest bekommen? Ja, Hausarrest hab ich bekommen. Ich kenne Red Bull, aber was ist Jackie Cola? Ähm ... Jackie Cola ist ein Affrischungsgetränk. Das dürfen keine Kinder trinken. Und für Erwachsene ist das gesund? Nee, das ist auf keinen Fall gesund. Warum trinken das denn, die Erwachsenen? Ähm ... Weil sie dann besser tanzen können. Ich will auch besser tanzen. Ich glaub, ich will nie mal. Nein, auf keinen Fall. Also man kann auch ohne Alkohol gut tanzen. Kannst du gut tanzen? Ja. Kannst du mir das zeigen? Ja, natürlich. Ich zeig dir meinen Trinken. Willst du sehen? Guck. Skrrr-Bau. Hat sie gefallen? Ist cool, ne? Hast du eine Freundin? Äh ... Nee, gerade nicht. Warum nicht? Ähm ... Ich hab noch nicht die richtige Freundin jetzt gerade getroffen. Deswegen ... Das tut mir leid. Nein, aber ... Ja, ich bin ja noch jung. Ich kann ja noch ein bisschen mein Leben leben. Und dann guck ich so, was für eine schöne Frau ich treffe. Das war ein tolles Interview mit dir, Luciano. Dankeschön. Das hat echt viel Spaß gemacht. Passt auf euch auf, ne? Viel Spaß noch. Machen wir so. Und hoffentlich findest du eine Freundin. Ja, hoffentlich. Ich geb mir Mühe. Viel Spaß noch, ja? Tschüss. 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 Das war Kinderfragen Rapper. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich bin ich fertig. VERSE. VERSE. Untertitelung des ZDF, 2020